Hallo Freunde Videospieler und willkommen zu DMC Devil May Cry Definitive Edition und Level 14. Ah! You know, I've been looking for a chance to unwind. Yep, das ist ein Baby. Oh! Ah! Hey! 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 Boom! In your face! Oh yeah, bam bam bam! Oh baby, suck me in, pull me back in! Oh! Hi! Ah! 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 Man sieht auch unten, dass die zwei Lebensanzeigen haben. Oh! Ah! 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 Also, das Baby stimmt logischerweise, wenn die Mutter stirbt. Ah! 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 Da würde ich nicht mehr schaden. Ja, jetzt muss man wieder Spaß mit der Mutter haben. Ja, das klingt falsch. Ich glaube, die alles ist doch stärker. Ich bin wieder zurückgekommen. Was ist passiert? Ich bin wieder zurückgekommen. Ich bin wieder zurückgekommen. Ich bin wieder zurückgekommen. Oh, oh, oh. Ah, komm. Ist auch immer wieder auf. Oh, oh. Okay. Ja. Ja. Was für eine Freakshow ist das? Ah. Die Musik sagt es. Rully. Danke für dich in Kontakt, Mundus. Sorry, es dauert mich so lange zu zurück. Regarding your trade-off, würde ich eine Unterproposal suggestieren. Die Leben der Mädchen... ... für die Leben Ihrer Kindheit. Er scheint nicht zufrieden zu sein. Das war auf jeden Fall ein sehr kurzes Level. Auch ein sehr einfacher Boss, muss ich sagen. Und trotzdem nur ein C. Wie schnell soll man diesen Boss denn töten? Holy Crap. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Einen Like ist immer nett. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke. Tschüss.